Mit dem Helikopter könnten wir allerdings aufräumen. So, pass mal raus. Das ist Team 7, Team 8. Dann haben wir hier Team 5 und das wird nochmal Team 6, wenn sie jemals gebaut werden. Ich weiß es nicht. Der hat immer noch Energie. Wo nimmt der? Oh, das ist aber ein sehr schönes Ziel. Guck mal. Ich hoffe, wir treffen. Es wäre so geil. Ja, ich merke es. Ich habe keine Abwehrstellungen. Ich habe nur Abwehreinheiten. Das ist ein kleiner Unterschied. Sowas kennst du nicht, ne? Alter, ein schöner Treffer. Geil. Ach, da hat er noch seine Energieversorgung. Die sollte man vielleicht auch mal plätten. Weißt du was? Wir machen die jetzt zu unserem Bodenteam. Ich hätte ganz gerne 1, 2, 3, 4. Ja, ja, ja. Immer mit der Ruhe. Ich bilde jetzt hier noch ein paar Infanteristen aus, mit denen ich dann aufräumen kann. Achso, ich habe ja gar keinen Auftrag gegeben. Ja, egal. Brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Glaube ich zumindest. Einen Schnapper, den hätte ich ganz gern dort drin. Huch. Ah, Mist. Entschuldigung. Entschuldigung. Da habe ich mal wieder... Da war ich wohl ein bisschen zu übereifrig. Ich kann ja hier auf meinen zweiten Monitor rüber zoomen. Und wenn ich dann... Meine Truppen stehen vor ihrer Tür, General. Wenn ich dann quasi auf den Knopf drücke... Weißt du Bescheid. Dann minimiert der uns quasi raus. Das ist ein bisschen technisch. So, die werden jetzt alle bestückt noch. Und dann gehen wir mit dem Bodentrupp rein und räumen auf. Die bekommen allerdings Luftunterstützung. Wir haben jede Menge Klampfhubschrauber. Äh, pass mal auf. Team 2. Schicken wir da mal hin. Oder nehmen wir nur vier Helikopter mit. Komm, wir lassen die anderen lieber hier als, äh, Sicherheit. Dann machen wir aus euch mal Platoon 2. Wo nimmt denn der die ganzen Flugzeuge her? Hat der dann noch ne Dings oben stehen? Ne Dings, weißt du schon... Alter, ne? Guck mal. Diese kleine Bissenhelge, der hat echt hier noch seine, seine Dinger rumstehen. Okay, äh... Partikelkanone, eine Minute. Mhm. Ich bin gespannt. Baut der jetzt noch... Ne, baut er nicht. Weißt du was? Reicht eigentlich völlig aus. Wir haben hier so viele Soldaten drin. Das muss reichen. So. Jetzt räumen wir erstmal die Typen da weg. Sehr, sehr gut. Wobei wir bleiben mit denen erstmal noch... Da ist das echt ein bisschen doof gerade. Team 6 existiert ja gar nicht. Stimmt, das habe ich total vergessen. Schauen wir mal, vielleicht bringen wir sie heil durch. Partikelkanone bereit. Oh, ne. Das waren unnötige Verluste. Die hätte ich mir echt sparen können. Die hätte ich mir echt sparen können. Ich kann aber was anderes machen. Und zwar seine Energieversorgung hier mal kläten. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das ausreicht, um die Abwehr auszuschalten. Das ist das Problem. Aber scheinbar nicht. Okay, schmeißen wir da eine Bombe rein. Was machen wir denn mit den Jungs? Haben wir hier irgendwo noch was rumstehen? Ja, so einzelne Dinger gefällt mir überhaupt nicht. Ja, dann sollen sie mal hier die Kraftwerke bombardieren. Dann können die eigentlich schon mal los. Wir schicken Team 2 erstmal noch zum Reparieren. Ganz, ganz kurz. So, Team 5 existiert nicht mehr. 6 auch nicht. 7 auch nicht. Es existiert nur noch Team 8. Wie Einheit verloren wird. Sind die da nicht durchgefragt? Ah, ne doch. Das war der da. Der B-52 war das, glaube ich. War es das jetzt mit der Energieversorgung? Ne, irgendwie arbeiten die noch. Das finde ich nicht so gut. Ja, okay. Dann würde ich sagen, schmeißen wir da einfach so einen Bombenteppich rein. Wir können ja eine Drohne als Ablenkungsmanöver benutzen. Wie lange können Sie sich diese Verluste leisten, General? Das weiß ich nicht. Wollt Sie nicht lieber kapitulieren? Bleibt eine B-2-Bombe eigentlich. Einheit verloren. Ach, die haben ihn eh schon. Ja, gut. Hm. Macht nicht mehr so viel Schaden wie das letzte Mal, ne? Benzinbombe. Ah ja, genau. Ich kann hier eigentlich die Mutter aller Bomben, könnte ich mal. Hm. Fällt mir früh ein. Fällt mir sehr früh ein. Team 2, seid da jetzt startklar? Ihr seid... Ah ja, startklar. Zu dritt, wollte ich sagen. Nur noch zu dritt. Das wäre aber ein bisschen merkwürdig. Junge. Junge. Nochmal so zur Info. Aber meine Flanken sind es nicht, um die du dich jetzt sorgen solltest. So, pass auf. Hier nochmal ein Platoon 7. Nee. Globst du nicht, wa? So, Team. Was war das jetzt? Drei. Okay. Da haben wir die komischen Ölbohrtürme. Ist jetzt eigentlich da oben alles platt an potenziellen Zielen, was Versorgung und so weiter angeht. Hier steht mal nix mehr, außer das komische Gebäude. Aber gut. Oh. Okay, da haben wir jede Menge schöne Ziele. Pass auf. Ihr zwei startet mal. Ja, eigentlich nicht wirklich. Ich sehe nicht mal irgendwelche Modifikationen an deinen Panzern. Das ist lustig. Hm. So, pass auf. Bevor jetzt die da reinfliegen, starten wir eine Drohne. Ja, genau. Lasst euch mal schön ablenken, ihr Deppen. So, und jetzt Team 2 rein da. Greift den Bunker an. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Nein, das war keine gute Idee. Ein Fahrzeug haben wir verloren. Ist aber nicht so schlimm. Dennoch leben unsere Jungs. Werden unterwegs? So, die Frage ist jetzt natürlich nur, wo hat er seine Gatling-Kanonen rumstehen? Die sehe ich ja so nicht mehr. Das ist ein bisschen dämlich. Was? Hier ist Platz für 5. Es geht los. Es wäre halt auch schön, wenn wir die Energie einfach abschalten könnten. Partikel-Kanone bereit. Weißt du, was rede ich da eigentlich? Panzer, aufstehen! Partikel-Kanone aktiviert. Batz, und er hat keinen Saft mehr. Na, sowas aber auch. So, und das Schöne ist, wir können jetzt durch den Stützpunkt fahren mit unseren Einheiten und die ganzen Gatling-Geschütze ausschalten. Und genau das machen wir jetzt auch mal. So, wir fahren allerdings mal hier oben längs. Wir müssen aufpassen. Der kriegt natürlich wieder mehr Energie hinzu, ne? Ja, kommt er mir wieder mit seinem Deaktivierungspanzer. Das ist ja nicht wahr. Ja, ich bin so dermaßen überzeugt. So, der ist auch zerstört. Wie schaut's mit dem Rest aus? Ist immer noch inaktiv. Oh, warte, da haben wir auch noch was. Nein, sie sind wieder aktiv. Okay, die werden von allen Seiten gerade beschossen. Ist aber kein Problem. Es ist das letzte Kraftwerk, das wir zerstören müssen. So, zurück, zurück, zurück. Und das war's mit dem Strom. Die werden angegriffen. Team 3, was ist da los? Oh, weißt du, was ich jetzt mal mache? Speichern, bevor das hier nämlich schief geht. Spiel speichern. So. So, Team 3, wie sieht's aus? Na, hast du eine Ahnung? Doch, guck mal. Guck mal. Das war deine Kommandozentrale. Bats. So, was mache ich jetzt mit meinem Handy? Ich wollte's eigentlich laden lassen während der Aufnahme. Das macht er aus irgendeinem Grund jetzt trotzdem nicht. Sie haben meine Panzer besiegt, General. Aber die Tigerin wird sie zerquetschen wie ein Insekt. Aber die Tigerin wird sie zerquetschen wie ein Insekt? Genau. Ihr seid ein Insekt. Du hast es begriffen. Und das ist ja nicht gleich. Vielen Dank.